Joker, was ist das? Feuerlöscher, Commander. Vielleicht ein elektrisches Feuer, oder so. Ich klär das. Eri, was ist denn? Möchten Sie über ein spezielles Thema sprechen, Shepard? Edi. Ja. Sie sind in Dr. Ivers Körper. Nicht ganz, aber ich kontrolliere ihn. Der Übergang war holprig. Übergang? Wir hatten eine Zeit lang keinerlei Kontakt. Korrekt. Als wir diese Einheit an Bord brachten, habe ich in ihrem Speicher Informationen über das Proteaner-Gerät gesucht. Dabei habe ich eine Falle ausgelöst. Notstrom und zusätzliche CPU wurden aktiviert, und die Einheit wollte mich angreifen. Zum Glück erhielt ich Systemzugriff und konnte alles nach Bedarf umfunktionieren. Dabei kam es zum Stillstand. Daher das Feuer. Edi, Sie müssen uns bei solchen Vorfällen alarmieren. Und dürfen Sie nicht alleine klären. Die Crew zu informieren, wäre kontraproduktiv gewesen. Ihre Reaktionszeit hätte alle Hilfsversuche viel zu lange verzögert. Wenn Sie jetzt da drin sind, was ist dann mit dem Schiff? Ich existiere hauptsächlich im Schiff. Zur Steuerung sollte diese Einheit in Funk- oder Tidebeam-Reichweite der Normandy bleiben. Wollen Sie mit diesem Körper irgendwo hin? Die Normandy ist nicht für jede Situation optimal bewaffnet. Diese Plattform könnte begrenzte Bodenunterstützung leisten. Sie könnten also mit uns kommen? Ja. Dieser Körper kann Sie an Orte begleiten, die die Normandy nicht erreicht. Vorher müssen Sie garantieren, dass dieser Meck keine weiteren Überraschungen in sich trägt. Lassen Sie Tests laufen und dann reden wir über den Einsatz in Kampfsituationen. Moment. Tests laufen. Abgeschlossen. Ich kann Ihnen einen vollständigen Bericht senden. Zunächst jedoch stelle ich die Funktionalität der Normandy wieder her und versichere der Crew, das alles Normale. Aber wundern Sie sich nicht, wenn die Crew sich skeptisch gibt. Ihr neuer Körper hat sich vor kurzem noch beschossen. Völlig richtig. Ich gehe auf die Brücke. Joker wird es auch sehen wollen. Darin sind wir uns einig. Bis zum nächsten Mal. Doa. 25.